ARD Text im Auftrag von Funk Danke dir! Danke dir! Jetzt ist es gerade gekommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso habe ich den Wodka? Ich habe jetzt mein Geld in Alkohol investiert. Da frage ich warum. Du kriegst immer noch 40 Prozent hin. Hallo, ich bin Lea und ich habe heute gelernt, wie man Biere aufmacht. Stopp! Das schneidest du raus, warte! Du kriegst doch die Hände! Ich kriegst doch keine Hände, Jonas! Hey, wie sitzt du denn? Lügen spielen! Doch nicht! Das sind die wir gerade erklärt haben! Erklärt! Ich kann hier nicht reden! Hier rein! Grrrrrrrrrrrrrr! Grrrrrrrrrrrr.... Grrrrrrrr... Grrrrrr... Grrrrrr... Grrrr... Nein, das ist auch kein Lech! Oh ha.. Reden willst du auch nicht? Ja.. Entschuldigung! Eine Schluck! Jonas Whoo oxiden! Acht! Од Neun! Ja Jonas! Ich spiel am 100! Happy Birthday, liebe Walle! Metal Baby, ist's für heute Wait... Binnen! Nein, prendre die? Was ist das so? Schön das? Aber was ist das? Mein Nachbar quantoante... Komm an die Reihe? Nee. Hast du einen Nachbar? Kannst du mir mal die Tasse oben geben? Och nöööö. Du bist da, schlosser. Weißt du, wenn du mir sagst, holen wir mal einen Zocker, wenn ich da nicht mal rankomme, dann pustet die Tasse da oben. Moment, du Arschloch. Hast du deinen Kleiderstand, den hast du gut für Klamotten benutzt? Ich bin traurig. Ich dachte, du bist Dammkoh. Also ich bin Heizungsanitäter. Sanitäter? Also es läuft. Keine Beine, kann doch nicht laufen. Irgendwann haben sich schon Apple Watches in Mutterlaut. Dann kann ich so sagen, yo, ich komm morgen erst. Alles gut. Du brauchst die Sprache hier auf der Apple Watch. Smash, smash. Auch so gewesen, hab ich gesehen. So, komm, mach das Ding rein. Yeah! Und was macht ihr so? Wir sind kurz soweit zu sterben. Tell me why. Ey, nee. Ey, wie hieß er? Ey, wie hieß er, dass ich scheiße bin. Hey, komm. Ich meine, guck mich an, ey, hört mir ein Gesink-Sang hier. Warte, man, we come to me, that's scheiße to me. Ja, man, das ist immer noch scheiße, Lennepi. Na, gut, ja. Machen beide einen Podcast, Kinder.